Ja, Freunde, es stimmt, wir werden heute Poo adoptieren, den kleinen Kackhaufen, das Poo, und ja, er hat uns in der letzten Folge versucht aufzuessen, ich weiß, Leute, aber jeder da draußen hat eine zweite Chance verdient, und deswegen drehen wir die Zeit einfach zurück, bis dahin, als Poo noch ein richtig kleines Baby war, und meine Aufgabe wird es sein, Poo zu adoptieren und ihm ein paar Manieren beizubringen, so dass er nicht das ganze Haus vollkackt, wie das letzte Mal. Und wenn euch das ganze gefallen sind, Leute, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben dafür da, vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, aktiviert die Glocke, und jetzt, viel Spaß. Und damit, Leute, willkommen zu einer neuen Folge, und ihr könnt es schon sehen, da ist Poo, und Poo hat sich, glaube ich, eingekackt, also ich weiß nicht, was das da für braune Flecken sind, Leute, aber es stinkt gewaltig, und deswegen würde ich sagen, Poo, wir putzen dich jetzt erstmal, okay? Okay, ich weiß, ihr magt das nicht so, Leute, aber wir müssen ihn kurz, wir müssen ihn kurz sauber machen, okay, Poo? Keine Angst, das ist nur Seife, okay, du musst nicht weinen. Nein, nicht rumschreien, das ist nur Seife, Poo, entspann dich. Du musst sauber werden, du hast eingekackt. Okay, Leute, er magt das nicht so, aber wir müssen ihn kurz sauber machen, so, reicht schon, Poo ist okay, wir duschen dich. Leute, er magt das nicht so, ihr hört, der schreit die ganze Zeit rum, aber da muss er durch jetzt. So, Poo, wir machen ihn nicht kurz sauber. Guck mal, siehst wieder richtig schön aus hier. Ja, okay, eigentlich siehst du immer noch aus wie ein Kackhaufen, aber, Leute, ich hab gehört, wenn man Poo füttert, das ist ja quasi wie so ein Baby, um was er sich kümmern muss, dann wächst er auch irgendwann und wird größer und so. Und deshalb weiß ich gar nicht, was wir jetzt machen mit ihm. Aber ich glaube, er hat Hunger, Leute. Ja, okay, warte kurz, Poo. Äh, ich guck mal kurz, wir gehen ganz kurz mit dir in die Küche. Ah, guck mal, Leute, hier gibt's sogar Pommes. Willst du Pommes, Poo? Hä, willst du? Hä, kriegst du aber nicht. Junge, hör auf, so rumzuschreiben, du kriegst schon Pommes, hier. Hä, willst du sie haben? Hä, willst du die Pommes? Hä, willst du? Ja, nimm doch. Nimm doch die Pommes! Hä, doch nicht, veräppelt. Hier drüben sind die Pommes. Doch nicht, hier oben. Doch hier unten. Das ist so dumm, Leute, aber ich find das lustig. Hä? Hä? Willst du die Pommes? Hier oben sind sie. Okay, reicht nicht. Ich geb dir was zuerst, entspann dich. So, wir haben jetzt 50 Münzen bekommen, Leute. Wir haben jetzt Geld gesammelt, damit können wir gleich Sachen upgraden, glaub ich. Aber schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr früher auch immer Poo gespielt habt. Das Spiel wurde gefühlt komplett vergessen oder so. Ich hab keine Ahnung, das spielt gefühlt keiner mehr. Aber es kam ja letztendlich dieses neue Poo-Spiel raus, das wir auch gemeinsam gespielt haben hier. Vor ein paar Tagen. Und deswegen hab ich mir gedacht, ist es einfach nochmal an der Zeit, Poo zu spielen. Ich hab, das weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder so schon gespielt. Und. Ich find das so lustig, Junge. Guck mal, er guckt wirklich. Er würde wirklich alles für diese Pommes tun, Leute. Er würde töten für die Pommes, hab ich recht, Poo? Ja, okay, er sollst jetzt nicht mich töten, aber okay, ich nehm die Pommes. So. Aber ihr seht jetzt hier oben, Leute, der Hungerbeigen ist jetzt langsam voll wieder. Aber, Poo, Pommes ist ein ungesund, man muss auch ein bisschen was gesundes essen. Deswegen gibt es jetzt ein paar Küchen für dich. So. Komm, ess ein paar Küchen. So, zack, zack, zack. Oh, Leute, schaut mal, jetzt haben wir hier Level 2 freigeschalten. Aber ich find, Poo, du siehst immer noch wie ein Kackhofer aus. Das müssen wir ändern. Können wir Poo was anziehen, Leute? Ich weiß gar nicht. Komm, wir gehen mal, wir gehen mal in die, wo, hast du, hast du, hast du ein Anleitezimmer? Ich will dich umziehen. Hm. Egal, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schlafen. Wie? Du bist nicht müde. Das ist mir egal, ob du nicht müde bist. Oh, Leute, ich glaub, Poo will spielen. Ja, Poo, okay. Wir können noch 10 Minuten spielen. Kurz, bevor wir schlafen gehen. Okay, dann warte kurz, Leute. Hier ist das Spielzimmer. Guck mal, hier ist so ein Ball. Guck mal, er guckt wieder nach dem Ball, Leute. Er will den Ball haben, hm? Hol ihn dir. Hol ihn dir, Boing! Junge, seine Augen, Leute. Hä? Willst du den Ball haben? Hä? Nimm ihn doch. Nimm ihn! Seine Augen einfach, Leute. Guckt euch das an, das ist so witzig. Ey, Junge, er wollte den Ball einfach aufessen, Leute. Kann ich ihn damit hauen? Was zum? Man kann ihn, guck mal, man kann ihn streichen, Leute. Ich finde das cool, glaub ich, oder? Junge, hör auf damit, reicht jetzt. Wir gehen jetzt schlafen. So, Leute, Schlafenszeit jetzt. Das Ding ist, das letzte Mal, als ich Poo ins Bett geschickt hab, Leute, hat er ganz dumme Sachen gemacht und hat mir danach die Beine abgeschnitten. Also, ich brenne es euch hier kurz ein. Er hat mir einfach die Beine abgeschnitten. Das bitte diesmal nicht machen, Poo, okay? Ich mach jetzt das Licht aus. Und dann ist Schlafenszeit. Ihr seht nämlich hier oben bei diesem Blitz, Leute. Er hat nicht mehr so viel Energie. Das heißt, Poo braucht jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Muss ein bisschen schlafen. Und solange Poo jetzt am schlafen ist, Leute, könnt ihr schon mal einen fetten Daumen nach oben dafür da lassen, wenn ihr Bock habt auf Part 2. Und wenn ihr es nicht kostenlos zu abonnieren, kommt wirklich hier Videos. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich bin auch schon ein bisschen müde. Ich geh jetzt auch schlafen, Leute. Bis später. Oh, Mann. Wer schreit denn da so? Poo. Kannst du nicht einmal ruhig sein? Bro, ich wollte schlafen. Aber ihr kennt, meine Kinder sind immer früh wach, Leute. Es ist 6 Uhr. Poo hat, weiß ich nicht, drei Stunden geschlafen. Ist wieder am rumschreien. Was ist los, Poo? Du willst spielen. Schon wieder. Wir haben doch erst gespielt. Ja, okay, Leute. Ich glaube, Poo, wir müssen nochmal ganz kurz spielen gehen mit ihm, Leute. Das heißt... Warte mal, was ist denn das hier? Hä? Labor. Willst du... Willst du das? Was ist das? Gesundheitstrank. Willst du das haben? Hä? Okay, nimm. Was? Nein! Nimm das jetzt! Nein! Junge! Trink das jetzt! Nein! Digga, Leute, der wird das einfach nicht trinken. Okay, Poo, dann gehen wir jetzt was spielen. Wir gucken mal, Leute. Es gibt ja so richtig coole Poo-Spiele. Okay, was können wir hier spielen? Guckt euch das an, Leute. Man kann recht viele Spiele hier spielen. Guck mal, man kann hier einfach so... Man kann Poo mit einem Auto fahren lassen. Was? Hä? Guck mal! Oha, guck mal! Hier! Leute, man kann Poo mit einem Auto fahren lassen. Oha! Guck mal, das ist wie so ein Hegeland-Racing, Leute. Oha! Ah! Wir dürfen nicht crashen. Nein, Poo! Oh! Ich glaub, wir haben ihn umgebracht. Poo! Lebst du doch? Leute, wo ist Poo hin? Ich glaub, wir haben ihn umgebracht. Poo, hallo? Oh, Poo! Oh nein, ich weile. Ich hab das nicht so gemeint, Poo. Ich bin nicht der Beste im Autofahren. Ich hab noch keinen Führerschein. Oh Mann, ich glaub, wir haben Poo wehgetan, Leute. Okay, äh, Poo. Äh, vielleicht können wir ja irgendwas, äh... Oh, vielleicht können wir ihn aufmuntern, Leute, indem wir ihn umziehen. Guck mal, man kann Poo nämlich eigene Outfits anziehen. Guck mal! Hä? Oh! Warte mal, was ist das? Es gibt ein Poo, es gibt ein Kleid. Meint ihr, wir können ihn ein bisschen ärgern damit? Ich zieh ihm das mal an, Leute. Oh, guck mal. Mit so Herzen. Und? Warte, rot? Bruder, was? Man braucht Level 40 dafür. Hallo? Ich bin gar mal Level 2, Junge. Hä? Ich brauch erst ein Upgrade dafür. Was ist das hier? Guck mal, man kann Poo seine Hautfarbe ändern, Leute. Hier, das kostet aber alles Geld. Hm, okay. Was kann man noch machen? Können wir ihn so eine Brille aufsetzen? Guck mal, die sind alle voll teuer. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Geld, Leute. Okay, Poo, warte, wir spielen noch ganz kurz was, okay? So, ich werde jetzt mal was spielen, Leute. Komm, ich spiele das nochmal einfach. So, komm jetzt, Poo. Komm. Ich versuche dich diesmal nicht umzubringen. Oh. Oh mein Gott, Leute. Das ist nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, Junge. Man muss halt immer so bremsen, dass Poo nicht umfällt. Poo! Ich habe ihn wieder umgebracht. Junge, ist das dumm, Leute. Okay, wir spielen mal was anderes. Warte mal. Oh, Fooddrop. Guck mal. Ah, man muss, Poo, diese Essen so, dieses Essen aufsammeln lassen hier. Toastbrot. Bam. Dann hier noch, was ist das? Ein Donut? Oh, Schuh will er, glaube ich, nicht haben. Oder, Poo? Guck mal, wie er das aufessen will, Leute. Eine Suppe. Bisschen Speck. Sushi. Ein Eis. Ja, kein Flugzeug. Oh, das sieht lecker aus. Das auch. So. Ah, ich glaube, Leute, man muss... Ah, man darf das Essen nicht vorbeifahren lassen. Oh, das sieht nicht lecker aus. Das ist ein Trink. Den nehmen wir. Sushi nehmen wir auch. Eine Banane. Oh, wir sind voll gut, Leute. Guck mal, jedes Essen gibt so Münzen, ne? Und mit den Münzen können wir uns dann später so Upgrades und so Sachen halt kaufen. Okay, das sieht eigentlich alles ganz lecker aus. Schuhe mögen wir nicht. Ich bin voll gut, Leute. Oh, wie wird das? Nein, ich habe eins gemisst. Das ist voll schwer, Bro. Nein. Oh mein Gott, wie schwer wird das? Bro. Yo. Das ist übelschwer, Leute. Oh, wie geht das? Ey. Das ist unmöglich gefühlt jetzt, Bro. Yo, übertreib nicht. Hallo. Ich habe reingekackt, Leute. Das war es. Oh mein Gott. Bro, das ist übelschwer. Junge. Bro. Aber guck mal, wir sind voll weit, Leute. Boah. Guckt mal. Kein Flugzeug. Oha. Ich bin richtig gut, Leute. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie gut ich bin. Oha. So, schnell. Oha. 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 Ich bin der beste, Leute. Oh mein Gott. Okay, wir dürfen nicht diese... Oha. Bro. Bro. Bro, was, Leute? Wie schwer ist das? Junge. Nein. Ich habe verkackt. Aber wir haben jetzt 100 Münzen bekommen. Komm, guckt mal. Komm, guckt mal. Oha. Ey, ich glaube, jetzt können wir uns schon richtig krasse Sachen kaufen. Wartet. Äh, wir gehen jetzt hier einmal in den Schrank rein. So. Und dann kaufen wir uns... Was kaufen wir uns? Wir kaufen... Ich will jetzt so ein Kleid für Pooh haben, Leute. Komm schon. Ich will so ein Kleid jetzt haben. Aber das geht immer noch nicht. Okay, können wir mir eine Brille machen? Ich will jetzt eine Brille. So, eine Brille, Pooh. So, nerdy Brille. Ähm, in rosa natürlich. So, guckt. Und... Wir haben Pooh jetzt eine Brille aufgesetzt, Leute. Das ist eigentlich nicht lustig, Pooh. Du siehst aus wie ein Müllhaufen jetzt. Also, du bist ja auch eigentlich einer, aber... Okay, Leute, wir gucken jetzt. Das können wir noch machen. Ey, nein, ich habe die wieder weggemacht. Zieh die an jetzt, Junge. Hallo, du sollst die jetzt anziehen. So. Und? Ja, jetzt haben wir die gekauft, Leute. Okay, was können wir noch so machen, Leute? Hä, man kann rausgehen. Guck mal, man kann Pooh. Was ist das hier? Wir können es regnen lassen. Kann ich es auch auf Pooh regnen lassen? Ja, die Wolke ist alle. Digga, wie auch immer dahin guckt, Leute, ne? Was ist das hier? Handy. Aha. Okay, was kann man hier draus machen? Oh, man kann... Leute, man kann Fußball spielen. Junge, ey, das ist voll gut. Junge, auf mich auszulachen, du blödmann. Das war nicht lustig. Das war nur Glück, Bruder. Du bist kein Profi. So, guck, Achtung. Wir täuschen an. Und jetzt? Bro, er ist einfach Christiano Ronaldo, Leute. Ha! Tor geschossen, du blödmann. Noch eins. Hä? Du bist kacke. Hey, Junge. Oh, ich den hatte gehalten, okay? Das war aber auch nur Glück. Jo, du bist kacke. Boah, Leute, wir müssen jetzt antäuschen. Guck. Die Thun sollten wir hier drüben hinschießen. Er guckt da jetzt hin, Leute. Und jetzt schießen wir aber einfach rechts lang. Und... Bam! Ha, ha! Ah! Bam! Junge, du bist ja so... Bro, das war unfair jetzt. Oh, Treffer, Leute. Noch ein. Komm, noch ein. Ha! Noch ein, komm! Bruder! Okay, wir sammeln jetzt, glaube ich, richtig viele Münzen dadurch, Leute. Guck mal. Okay, was können wir noch so spielen draußen? Oh! Guck mal! Was ist das hier? Ah, wir müssen Puh vom Ertrinken retten. Hm. Ähm. Oh, das tut mir leid. Upsi. Warte, war aus Versehen. Nein, nee, war nicht Puh. Das war nicht mit Absicht. Hier, ich werfe dir jetzt den Ring zu, okay? Ups, wieder daneben. Junge, Leute, das ist so dumm, das Spiel. Warum spiele ich das? Ich lasse ihn einfach gleich da trinken, ey. Okay, nein, Spaß jetzt beiseite, Puh. Ich fange dich. Wir müssen immer auf diesen... ...ääh, auf diesen Kreis da drauf werfen, Leute. Dass wenn Puh quasi reinspringt, er nicht ertrinkt. So wie jetzt zum Beispiel. So, was kann man hier draußen noch so machen? Ah, Spielplatz. Was gibt's noch? Garage, hä? Ah, jetzt kann ich ihn hier wieder Auto fahren lassen, okay? Puh, versprochen. Diesmal crash ich dich nicht, okay? Versprochen. Oh mein Gott. Ah! Ups. Tut mir leid, Puh. Junge. Oh, Mann. Puh ist wieder müde, hat er gesagt. Okay, Puh, wir gehen wieder rein. Ist okay. So, jetzt haben wir Puh wieder hier im Haus drin. Ich will trotzdem mal gucken, was gibt's hier noch so. Man kann nämlich richtig viele Sachen hier kaufen. Man kann zum Beispiel auch so neue Seife und so kaufen. Aber jetzt, wo du sagst, Puh, können wir eigen... Ach, nö, Bro. Puh, du hast ihn nicht gerade wirklich eingekackt, oder? Leute, Puh hat sich wieder vollgekackt. Junge, immer das Gleiche mit dir. Okay, Leute, wir müssen Puh wieder ganz kurz duschen gehen, Bro. Er hat wieder alles vollgekackt. Junge, immer musst du... Ja, musst du jetzt durch. Hast du Pech? Du hast ja eingekackt. Müsst Puh jetzt kurz sauber machen, Leute. So, Puh. Entspann dich, mach dich sauber. Okay. Okay, wir haben Puh jetzt wieder sauber gemacht, Leute. Jetzt müssen wir Puh schnell ins Bett legen. Aber ich sag euch ehrlich, ich hab keinen Bock mehr auf ihn, Bruder. Er macht mich richtig sauer. Es stinkt alles nach ihm. Er ist ein Kackhaufen, Leute. Und er macht nur Blödsinn den ganzen Tag. Deswegen, Leute. Wenn du Puh schläft, geh ich auch nochmal in Röde schlafen, Bruder. Sehen wir uns später wieder. Bis gleich. Oh nein. Schon wieder, Junge. Puh, was ist denn? Was weinst du denn schon wieder? Was ist denn los mit dir, Junge? Wie, du hast Hunger? Bro, du kannst dich schon wieder essen. Du bist fett wie ein Huhn, Bruder. Okay. Wir essen was. Hier, willst du eine Kirche haben? Kriegst du aber nicht. Hast Pech gehabt. Junge, okay, auf mit Wein. Ist okay. Hier hast du eine Kirche. Hier noch eine Kirche. Komm, noch eine Kirche hier. Noch eine. Ja, wie? Nein. Bist du satt, oder wie? Okay, ich glaub, Puh ist satt, Leute. Haben wir jetzt einen Kühlschrank drin? Nee, ist alles alle. Okay, was können wir jetzt noch machen, Leute? Was ist im Regal? Willst du was? Willst du das hier? Auch nicht. Okay. Willst du spielen? Okay, was können wir noch so spielen, Leute? Wir gucken mal. Was gibt's hier noch so? Es gibt so viele Spiele hier. Oh, was können wir noch machen? Wir können so Skateboard fahren. Hast du Lust auf Skateboard fahren, Puh? Oha, guck mal. Okay, wir können so Skateboard fahren, Leute. Guckt. Oha, das ist voll cool. Guckt mal. Oh, das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ich glaub, man kann immer nur so... Zweimal am Stück springen. Oh. Oh. Tut mir leid. Ich hab dich wieder umgebracht. Ich probier's nochmal, Leute. Also man kann... Ah, man kann immer nur so einen Doppelsprung machen, mäßig. Ich check. Okay. Okay, ich check. Wir können immer so einen Doppelsprung machen. Man kann aber auch so gedrückt halten. Dann springen ja so ein bisschen länger, Leute. Checkt ihr? Okay, das ist ganz cool eigentlich. Okay. 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 Ja, ich bin voll gut. Das wird immer schneller. Junge, Puh, übertreib nicht. Fahr nicht so schnell, Puh. Puh, nicht so schnell fahren. Leute, das geht nach hinten los. Ich sag euch jetzt schon, Puh wird gleich sterben. Puh, du bist viel zu schnell. Puh, mach ein bisschen langsamer. Bruder, er übertreibt... Bruder, nein, du kannst das nicht, Puh. Er übertreibt voll. Junge, guck mal, wie schnell Puh ist, Leute. Puh. Puh, du bist zu schnell. Puh, fahr nicht so schnell. Leute, das war's mit Puh. Er ist viel zu schnell. Junge. Bruder, Puh, was machst du da? Bruder, ich seh gar nicht mehr, wo er hinfährt. Bruder, da war ein Stein, du Idiot. Er ist einfach mit 200 km an in den Stein geflogen, Leute. Ah, wir haben 50 Münzen dafür bekommen. Guck mal, können wir damit jetzt neue Sachen für Puh kaufen? Was kann ich hier eigentlich machen? Warte mal. Ich hab ein Foto von Puh gemacht. Ah, okay. Warte, können wir jetzt... Ich will jetzt neue Sachen für Puh kaufen, Leute, hier. Ah, was kann man... Man kann ihn... Oh, eine Frisur. Oh, guck mal, wir können ihn... Oh, guck mal, wir können ihn so eine Frisur machen. So einen Zopf. Junge, erst ab Level 30 alles. Ey. Boah, ich brauch übel... Warum brauch ich so viel Level dafür? Hallo. Oh, nö. Okay, was... Oh, Lippenstift. Kann man das machen? Ah, auch erst ab Level 20, Leute. Junge, Schuhe. Hast du Bock auf Schuhe, Puh? Level 40. Junge, man braucht voll die krassen Level hier, Leute, um das alles auszurüsten. Können wir Puh jetzt... Ich will Puh jetzt aber blau machen. Komm, Puh. Da du jetzt mein Sohn bist, Papa ist blau, dann bist du jetzt auch blau. Oh, siehst ein bisschen kacke aus jetzt, Puh. Leute. Egal, Puh. Steht hier. Jetzt bist du einfach blau. Oh, Mann, Leute. Wir können Puh sein Schlafzimmer auch neu einrichten. Wir können hier ein neues Kissen zum Beispiel kaufen. Willst du ein blaues Kissen? Auch erst ab Level 20. Digga, man braucht voll die krassen Level hier, Leute. Egal, ist noch eine Kirche, Puh. Junge, ist jetzt diese Kirche? Komm schon. Bruder, dieser Junge macht mich fertig, Leute. Egal, wir brauchen jetzt mehr Level. Wir müssen mehr Spiele spielen. Was ist das hier? Ähm, Chat-Puh. Ey, Bruder, Puh, ich weiß nicht, ob das gut geht mit dir und dem Chat-Pack. Oh mein Gott, Leute, guck mal. Puh mit einem Chat-Pack einfach. Oh. Boah, das ist ja übel schwer. Bro, das ist ja geisteskrank schwer. Bro, das ist behindert schwer. Holy shit. Oh mein Gott, Leute, ich töte Puh einfach die ganze Zeit. Junge, Puh. Ich glaube, du bist nicht dafür geeignet, um mit einem Chat-Pack zu fliegen. Bruder, das ist voll schwer, Junge. Bro, what the? Das ist geisteskrank schwer. Was können wir noch so spielen? Was ist das hier? Wie das mit einem Skateboard. Ah, man muss immer quasi hier so den Stein ausweichen. Ich check, Leute. Ah, okay. Ah. Perfekt. Das war's dann auch wieder mit Puh an der Stelle. Wir müssen halt die Münzen einsammeln, Leute. So. 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 Oh. Das ist voll... Oh mein Gott, das ist ja übel schwer. Holy shit. Das ist voll schwer, Leute. Oha. Oh, das ist übel schwer. Oha. Das ist übel schwer, Leute. Oh. Oh mein Gott, das ist übel schwer. Das sieht vielleicht leicht aus, aber das ist nicht leicht, Leute. Oh mein Gott. Ah. Bro, das wird wieder schneller, Puh. Fahr nicht so schnell. Ich hab doch gesagt, fahr nicht so schnell, Junge. Puh muss ihn übertreiben, Leute. Ich muss auch sagen, Puh, mir gefällt deine Brille doch nicht. Wir müssen die Brille wieder wegmachen. Du siehst kacke aus damit. Mach die Brille wieder weg hier. So, Puh. So. Du bist so blau, Puh. Aber ich will, dass du fett wirst. Du sollst fetter werden. Ist jetzt diese Kirche. Boah, du musst fett werden, du blöd Mann. Und das Ding ist, Leute. Ich will eigentlich, dass Puh so richtig fett wird. Wisst ihr, so überdimensional fett. Aber wir müssen ihn halt vorher ein bisschen mehr auspowern. Wir müssen mehr Spiele mit Puh spielen. Oh. Was können wir denn so spielen? Wir können... Oh. Wir können das hier machen. Ah, das war Fußball. Das kenne ich schon. Warte. Ich will kein Fußball spielen. Guck mal, wir können das hier machen, Leute. Und zwar, Puh versteckt sich immer unter so einem Eimer. Und wir müssen Puh finden. Okay, das ist einfach, Leute. Puh ist hier drin. Das war einfach. So, komm. Ja, Puh ist immer noch hier drin. Das war auch einfach. So. Leute, wisst ihr noch, wo Puh ist? Schreibt es jetzt in die Kommentare rein. 3, 2, 1 und... Puh ist links natürlich, Leute. So, komm jetzt. Und wisst ihr noch, wo Puh ist, Leute? Schreibt es in die Kommentare. 3, 2, 1 und... Links natürlich. Und nochmal. Oh. Jetzt muss ich, glaube ich, raten, Leute. Ich glaube, er ist rechts. Ha! Und jetzt gibt es zwei Eimer. Oh. 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 Puh ist hier. Ja. Puh, ich finde dich. Oh. 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 Da. Nein. Da war der Kacke auf dem Trenn, Junge. Hä? Das ist übelst schwer, Leute. Nochmal. Okay. Puh ist hier. Das ist einfach. So. Puh ist hier. Das ist einfach. Oh. Wo ist Puh? Jetzt ist Puh hier drin. Das ist auch einfach gewesen. So. Jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger. Puh ist hier drin. Okay. Links, rechts, links. Oh. 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 Hier drin. Hab dich. Komm. Eine Runde noch schaffe ich, Leute. Eine Runde schaffe ich noch. Oh. Ha. Hab ihn gefunden. Jetzt wird es schwer. Oh. Bro. Was? Oh. Ich glaube, er ist hier drin. Was? Junge, Puh ist richtig gut im Verstecken, Leute. Als wenn einfach der Kackhaufen dann drunter war. Was? Bro. Okay. Was ist das hier, Leute? Connect. Was muss man hier machen? Ah, man muss sie, man muss sie hier connecten. Ah. Oh, wartet. Nein. Was hab ich jetzt gemacht? Das hab ich hier reingekackt. Hä? Warte mal. Ich hab mich verdrückt, Leute. Ich wollte so. So. Und so. Ha. Easy. Ah, das geht nach Zeit, Leute. Oh. So. Musst ihr mal so verbinden. Checkt ihr? Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Ich hab doch alle verbunden. Was wollt ihr von mir? Dummes Spiel. Puh. Keine Lust mehr. Jetzt ist Schlafenszeit. Komm, geh schlafen. Ist mir egal. Ist mir egal, ob du nicht müde bist. Du gehst jetzt schlafen. Wir haben genug gespielt für heute. Nein. Du brauchst nicht weinen. Puh. Jetzt ist Schlafenszeit. Wir haben genug gespielt für heute. Ich würde sagen, wir machen jetzt das Licht aus. Und jetzt müssen wir ganz leise sein, Leute. Weil, ich sag euch ehrlich. Dieser Kleine macht mich alle. Bro, er hat den ganzen Tag nur rumgekackt. Er hat mich veräppelt. Die ganze Zeit bei diesem Einmarspiel. Hab ich die nur. Ich hab immer die Kacke. Die Kacke aufgedeckt. Und ich würde sagen, Leute. Wenn ihr Bock habt. Auf ein Teil 2. Wo wir Puh noch größer machen. Wo wir Puh noch fetter machen. Wo wir Puh noch mehr auspowern. Dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ich würde sagen, checkt unbedingt noch eins dieser beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, Leute. Sehen wir uns dann morgens in der Folge. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.